Ja moin und schönes Wochenende. Willkommen zum heutigen Tagestrash. Es gibt mal wieder ein paar Updates, über die ich euch auf jeden Fall informieren muss. Und ich denke auch, dass viele von euch wahrscheinlich wegen der Spoiler-Ankündigung auf dieses Video geklickt haben. Aber ich werde es so machen wie immer. Für die Leute, die nicht gespoilert werden möchten, werde ich den Spoiler ganz ans Ende packen und dann nochmal eine separate Spoiler-Warnung aussprechen, damit die Leute, die es nicht wissen möchten, direkt dann abschalten können. Bei den Spoilern geht es mal wieder um Aito, aber nicht wie im gestrigen Video um die Perfect Matches und um die Frage, ob sie das Geld gewonnen haben oder nicht, sondern es geht diesmal um zwei mögliche Paare. Und wenn dir das Video gefällt, dann musst du unbedingt ein kostenloses Abo mit Glocke da lassen, denn das ist für uns beide eine Win-Win-Situation. Du wirst immer über alles aus unserer geliebten Trash-Welt auf dem Laufenden gehalten und hilfst mir gleichzeitig dabei, meine Reichweite noch ein bisschen zu vergrößen. Wir wachsen vergrößern, so. Wir wachsen langsam, aber stetig und ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Eine neue offizielle Beziehung am Trash-Himmel. Matthias, oder auch Matze genannt, der Ex von Jennifer Reilly, die wir ja beide zusammen in der letzten Staffel prominent getrennt gesehen haben, hat eine neue Freundin und zwar eine Dame namens Leli. Keine Ahnung, wer das ist, also auf jeden Fall nicht aus unserem Trash-Universum, aber die beiden sind jetzt zusammen, haben das offiziell verkündet. Jennifer Reilly hat ja ebenfalls einen neuen Partner, das habe ich euch in einem der letzten Videos schon mal erzählt. Da wussten wir noch nicht genau, wer das ist, weil sie das Gesicht ihres Freundes nicht gezeigt hat, aber die beiden wurden jetzt vor kurzem auch auf dem Oktoberfest zusammen gesehen und angeblich soll es ein Ex-Freund von ihr sein, mit dem sie jetzt wieder zusammen ist. Das ist aber ohne Gewehr, aber auf jeden Fall Matze und Jenny sind beide wieder unter der Haube. Und weiter geht's mit einem Update zu der internationalen Version von Love Island, genannt Love Island Games. Da habe ich euch ja im letzten Tagestrash erzählt, dass bei Love Island Games alle möglichen Kandidaten aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, zum Beispiel Liberty aus UK, Sally aus USA und so weiter und für Deutschland ist Aurelia Lamprecht dabei. So, einige von euch haben mich auch gefragt, kann man das irgendwo schauen? Ich habe gesagt, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist noch nicht angekündigt, aber eine Followerin hat mir dann das folgende geschickt. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und zwar, die Show kommt ja auf Peacock. So, und Peacock weitet jetzt seine Flügel, sagt man das auf Deutsch auch so? Ach, keine Ahnung, breitet seine Flügel aus. Genau, über die ganze Welt und ist jetzt auch verfügbar in UK und Irland, okay, whatever, Italien und Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also, sehr gut für uns. Das heißt aber, man muss ein Abo bei Sky oder Now haben. Ist das, das ist nicht dasselbe, ne? Das sind zwei verschiedene Sachen, keine Ahnung. Ihr werdet das wissen, falls ihr Sky und oder Now habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch auf Peacock zugreifen und müsstet eigentlich dann auch Love Island Games gucken können. Ich habe es auf jeden Fall nicht. Ach, und wo wir gerade beim Thema sind, noch eine kurze Info zu Love Island Games, denn Aurelia hat sich jetzt gerade, gestern glaube ich, zurückgemeldet von den Dreharbeiten. Die sind jetzt abgeschlossen und Love Island Games soll ja ab dem 1. November ausgestrahlt werden. Das heißt, es wird nicht live sein, beziehungsweise um einen Tag Zeit versetzt, sondern ein bisschen vorgedreht, aber jetzt auch nicht ein halbes Jahr im Voraus, ne? Noch nicht mal einen Monat im Voraus. Ich glaube, das ist dann noch akzeptabel. Okay, und damit kommen wir zum Thema Forsthaus Rampensau. Das ist ja ursprünglich eine österreichische Show gewesen, beziehungsweise kam letztes Jahr zum ersten Mal. Ist so ein bisschen, ohne das Böse zu meinen, aber wie das Sommerhaus für Arme, also sehr, sehr ähnlich wie das Sommerhaus aufgebaut mit den Nominierungen und Spielen und so, aber mit ein bisschen kleinerem Budget, sag ich mal. War aber eine ganz unterhaltsame Show und da kommt jetzt auch die nächste österreichische Version, aber Ende des Jahres, da gibt es noch kein offizielles Startdatum, auch eine deutsche Version, wo unter anderem Jasmin Herren, die Witwe von Willi Herren mitmachen wird mit ihrem neuen Partner und nun auch Gina-Lisa Lohfink und Elsa, die wir aus der letzten Germany Stacks Topmodel Staffel kennen. Falls ihr dort das Finale gesehen habt, wann kam das irgendwann? Im Mai oder sowas vielleicht? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, als das letzte Topmodel Finale ausgestrahlt wurde, war Elsa natürlich auch da und hat dort schon ausgeplaudert, dass sie eben bald in einer neuen Show mitwirken wird, hat aber natürlich noch nicht gesagt, in welcher. Und das wird jetzt Forsthaus Rampensau Germany sein. Das heißt, die beiden kennen sich noch nicht und werden einfach so zusammengewürfelt und bilden ein Team. Ja, wie kann das werden? Keine Ahnung. Also entweder passen die richtig gut zusammen oder die gehen sich, die hauen sich voll die Köpfe ein. Weil Elsa ist auch so ein bisschen so eine Krawallnudel und Gina-Lisa ist ja doch eher so ein bisschen emotionaler und sensibler. Zumindest, wenn ich so an KDRS zurückdenke. Was meint ihr, wie wird das? Dann habe ich als nächstes noch ein Update zum Schleckgate für euch. Und zwar, wir haben ja in den letzten Tagen des Öfteren über dieses Schleckgate zwischen Credo und Steffi und Ellie und so bei Temptation Island in der Mark-Robbins-Staffel geredet. Ich habe da mittlerweile drei Videos zugemacht. Es gibt auch immer noch kein Statement irgendwie von Steffi oder so. Aber ein kurzes Update, das ich auch schon bei Insta und in den Community-Tab hier bei YouTube gepostet habe. Darüber lohnt es sich jetzt nicht, ein separates Video zu machen. Aber da ich heute eh den Tagestrash mache, kann ich das mit einfügen. Und zwar haben wir aus der Mark-Robbins-Staffel oder beziehungsweise aus der Credo-Staffel, wo eben das Schleckgate stattgefunden hat, zwei weitere Verführerinnen neben Kim Virginia eben geschrieben, dass die Version von Kim Virginia richtig ist. Kim Virginia hat es ja so erzählt, dass Steffi auf der Theke so mit den Beinen breit so lag und Credo dann einmal durchgeschleckt hat oder vielleicht auch kurz an der Momo vorbei, auf jeden Fall da in der Gegend. Und Ellie wurde das ja ganz anders geschildert, dass sie stand und dass sie den Sekt oder, keine Ahnung, dieses Getränk an ihrem Bein hat rumterlaufen lassen und so und dass das ja alles gar nicht so schlimm war. Und Credo und Steffi haben auch gesagt, dass Kim Virginia gelogen hat. Eventuell auch einfach, um so ein bisschen ihren Arsch zu retten. Bei Steffi, klar, ist es eh jetzt nicht so schlimm. Vielleicht ist es ja einfach ein bisschen peinlich, weil sie vielleicht dann auch betrunken war oder so. Aber sie war ja eh Single, deswegen schlimm ist es bei ihr eh nicht, sondern bei Credo. So, beide Nachrichten von diesen zwei weiteren Verführerinnen durfte ich anonym mit euch teilen. Ich lese mal eben Nachricht 1 vor und zwar schreibt die Person, kann leider 1 zu 1 bestätigen, wie Kim das gesagt hat. Stand direkt nebendran. Wurde danach sogar noch ins Interview gerufen und musste schildern, was passiert ist. Waren dann echt überrascht, dass sie das einfach weggelassen haben. Und die zweite Nachricht von der anderen Verführerin lautet wie folgt. Kann leider bestätigen, dass es zu 100% stimmt. Sie war danach sogar so aufgebracht, dass sie geweint hat. Hatte mich mit ihr sogar kurz gestritten, weil ich meine Hand davor gehalten habe, als sie ihre Beine breit gemacht hat. Und sie nur meinte, ich bin alt genug und nur daraufhin die Hand weggedrückt hat. So, ich habe mir dann überlegt, teile ich diese Nachricht überhaupt, weil anscheinend ist es Steffi ja peinlich, dass das so passiert ist, wenn sie danach dann auch geweint hat und so. Vielleicht wurde das auch deswegen nicht ausgestrahlt, wobei ich irgendwie nicht an die Güte der Produktion glaube, dass sie sagt, ah nee, lass uns mal die junge Frau verschonen und das mal nicht zeigen, weil sie am Weinen war. Aber keine Ahnung, kann auch sein. Wie gesagt, ich habe überlegt, soll ich das überhaupt teilen? Aber ich habe mich dafür entschieden, das durchaus zu teilen. Warum? Wenn beide, also Credo und Steffi, einfach nichts dazu gesagt hätten und Kim Virginia nicht so angegangen wären und gesagt hätten, die lügt und bla bla bla, dann hätte ich es wahrscheinlich gelassen und hätte die Sache auf sich ruhen lassen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, etwas zu tun und dann aber andere Leute der Lüge zu bezichtigen und zu versuchen, das anders darzustellen und eine Person als Lügnerin darstellen zu wollen, obwohl die Person einfach nur die Wahrheit gesagt hat. Das heißt, wenn Credo und Steffi einfach ihre Klappe gehalten hätten und das Thema vielleicht einfach ignoriert hätten und Kim nicht so angegriffen oder angegangen wären, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gepostet. Aber so finde ich es unfair, dass Kim der Lüge bezichtigt wird, obwohl sie hier ja augenscheinlich, wenn zwei weitere unabhängige Zeugen diese Geschichte bestätigen, nicht gelogen hat. So, geschafft. Und jetzt kommen wir zu den Are You The One Spoilern. Das heißt, wenn ihr das nicht wissen wollt, wer da mit wem jetzt im realen Leben anbandelt, dann müsst ihr jetzt bitte das Video abschalten. Spätestens in 3, 2, 1, let's go. Beim ersten Spoiler geht es um Paco. Eine junge Frau, die auf TikTok aktiv ist. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie heißt ja einfach nur N. Ich werde unten in der Infobox und oben drüber sie als Quelle beziehungsweise ihren TikTok-Account als Quelle verlinken. Aber diese junge Frau war eben feiern in München und hat dazu ein TikTok gepostet und dazu geschrieben, POV, du wirst live gespoilert. Und dann eben mehrere kurze Videoschnipsel von Paco mit einer Frau, zum Beispiel hier. Und dann noch mal hier. Das sieht man jetzt nicht ganz so gut, ist ein bisschen verschwommen, aber die beiden sind sehr vertraut miteinander. Keine Ahnung, ob es da zum Kuss kam oder ob sie sich was ins Ohr geflüstert haben, weil es eben laut war im Club. Auf jeden Fall wirken sie auf den ganzen Screenshots recht vertraut und zutraulich. Wie auch hier, als sie dann draußen vorm Club waren und sich umarmt haben. Um wen geht das denn? Einige von euch hatten die Vermutung, dass das Alicia ist, aber ich muss euch enttäuschen, es ist nicht Alicia. Wobei ich auch nicht weiß, ob das überhaupt ein Verlust für Alicia ist, weil viele ja Paco sehr, sehr geil finden. Aber es in der Vergangenheit ja immer so Gerüchte über Paco gab, dass er wohl so nicht die treuste Seele zu scheinen seint, wobei es da keine Beweise gibt. Dass er wirklich fremdgegangen ist oder so. Aber seine Echsen, also Melissa, Jeles und Bianca von Love Island, die waren ja alle nicht so begeistert, wie das so mit Paco dann abgelaufen ist. Naja, deswegen eventuell auch kein Verlust. Aber wer ist denn nun die Dame? Diese Dame ist Isabel Denise, die wir auch schon bei Aito gesehen haben. Und zwar erst bei Aito normal. Und dann hat sie in der VIP-Version von Aito mitgemacht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ein paar Kommentarschreiber unter diesem TikTok, hä, war die Isabel nicht mit dem Ex-Bachelor Sebastian Preuß zusammen? Ja, war sie. Darüber haben wir vor einigen Monaten schon mal geredet. Da hat schon mal eine aufmerksame Followerin Isabel und Sebastian Preuß gemeinsam auf Malle im Urlaub gesehen. Und ja, dann irgendwann haben sie die Beziehung auch offiziell gemacht. Es scheint nun aber vorbei zu sein. Denn jemand hat ihr geschrieben, sie hat alle Bilder gelöscht und folgt ihm nicht mehr. Okay. Was da jetzt mit Paco geht, wissen wir natürlich nicht. Kann natürlich auch nur eine Liebelei für einen Abend oder so gewesen sein. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Kommen wir damit zum zweiten Spoiler. Es geht um Marvin Kleinen und Jenny Degenhardt, die wir ja jetzt ebenfalls gerade bei Aito sehen. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, dass die beiden schon seit einigen Monaten Zeit miteinander verbringen und da nicht immer alle Storys mit reingepackt, weil das einfach sehr, sehr viel war. Also so gefühlt jeden zweiten Tag haben die beiden dieselben Storys miteinander gepostet, wo man eben ganz klar sehen konnte, dass die beiden auf jeden Fall Zeit miteinander verbringen. Und sie wurden auch bereits vorab zusammen am Goldstrand gesichtet, allerdings nicht so vertraut wie jetzt. Es gibt ein TikTok von einem, ja, TikToker, keine Ahnung, TikTok-User, wie nennt man das, whatever. Und ich glaube, dass er der Erste war, der das gepostet hat. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber ich meine, dass er der Erste war, der das entdeckt hat. Und zwar Mark Rocky, 248. So. Und der hat sich die neue Show Calvin am Goldstrand auf Joyn angeguckt und dort eben was Interessantes gesehen. Und zwar laufen hier Calvin und, keine Ahnung, noch irgendeine andere blonde Frau und eben Marvin und Jenny die Straße oder die Promenade lang und halten Händchen ganz offen. Und hier nochmal ein anderer Screenshot. Also ich glaube, jetzt ist wirklich klar, dass die beiden nicht nur Freunde sind und nicht nur, naja, vielleicht irgendwie eine Affäre haben oder so, weil sie sich ja wirklich schon sehr, sehr lange, seit einigen Monaten treffen und da jetzt Händchen haltend rumspazieren. Glaube ich, kann man zu 95 Prozent sagen, dass die beiden tatsächlich miteinander in einer Beziehung sind. Das TikTok hier von Mark Rocky haben mir einige von euch zugeschickt. Vielen Dank erstmal noch dafür. Und eine Followerin hat dazu geschrieben, hä, warum reden denn alle darüber? Warum ist das jetzt so ein Spoiler? Weil die beiden, das muss ja nicht heißen, dass die beiden ein Perfect Match waren in der Show, wenn die jetzt zusammen sind. Ja, das ist richtig. Die müssen kein Perfect Match gewesen sein. Das ist aber auch eigentlich zweitrangig, weil ja, klar, die dürfen nicht spoilern, wer jetzt am Ende im Spiel ein Perfect Match mit Weben war. Aber es ist eben nicht nur eine Spielshow, sondern auch eine Datingshow. Und wenn sich dort Paare zusammenfinden, dürfen sie das auch nach Drehschluss nicht spoilern, solange bis die Ausstrahlung eben vorbei ist und bis es offiziell durch RTL, durch die Wiedersehen-Show oder Podcast oder keine Ahnung, was die da jetzt wieder planen, verkündet wurde, wer da jetzt mit wem zusammen ist und wo noch was ging. Und wenn man auch bei Aito, genauso wie bei Ex on the Beach oder Temptation oder so mitmacht, muss man nach Drehschluss seinen Beziehungsstatus, egal ob man Single oder vergeben ist, geheim halten. Aber warum nehmen die Leute das nicht so ernst? Wir haben es ja wirklich so gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehr oft gesehen, dass Leute eben diesen Trick benutzen, gemeinsame Storys zu posten, zum Beispiel beim Essen, wo man dann bei der einen Person ein Essen sieht und bei der anderen Person genau dasselbe und man quasi durch die Blume sagen kann, hier, wir hängen miteinander rum, wie auch zum Beispiel die beiden das vorab gemacht haben, das kratzt, würde ich mal so sagen, sehr stark an der Grenze zum Erlaubten, weil in den Verträgen, die die Kandidaten bekommen, auf jeden Fall festgelegt ist, dass dieser Beziehungsstatus, ob Single oder vergeben, nicht gespoilert werden darf. Die andere Frage ist, wenn es dagegen Verstöße gibt, setzt die Produktion dann das um, dass es eine Vertragsstrafe gibt oder nicht? Weil wo kein Richter, da kein Henker, wenn die Produktion sagt, naja, egal, komm, wenigstens reden die Leute darüber, verhängen wir mal keine Vertragsstrafe, gehen wir dem mal nicht nach, dann passiert natürlich auch nichts. Deswegen weiß ich nicht, ob Marvin und Jenny jetzt mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen haben, das war ja auch sogar ein offizielles Format, also Calvin am Goldstrand, was bei Join läuft, wo man das eben sehen kann. Weiß ich nicht, werden wir auch, glaube ich, nicht erfahren, ob jetzt solche Vertragsstrafen durchgesetzt werden oder nicht, das wird ja eigentlich nie öffentlich diskutiert. Es gibt dann ab und an mal Gerüchte, zum Beispiel gab es damals das Gerücht, dass Paulina eine Vertragsstrafe zahlen musste nach Temptation Island, weil sie sich schon zu offen mit Yassin damals gezeigt hat, aber das ist jetzt auch ohne Gewehr. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, aber das hier finde ich schon sehr mutig, sag ich mal. Ja, wie ist eure Einschätzung dazu? Schreibt sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin wie immer sehr gespannt und ihr kennt es ja, wenn ihr keinen Bock habt, was zu schreiben, dann postet Emojis oder irgendwas anderes in die Kommentare, um einfach meinen Algorithmus ein bisschen zu füttern, damit er schön satt ist und genug Power hat, um noch weitere Trash-Fans zu erreichen. Ich würde mich sehr freuen, drücke euch wie immer und sage bis zum nächsten Mal. Tschö! Mua! Mua!